Danke an die Kollegen der Nachrichten. Herzlich willkommen, hallo zur Sendung heute. Prinz Harry heute bei uns, und zwar in ungewohnt ernster Mission. Was das mit dem Jahr 2025 zu tun hat, ist es nicht sein Hochzeitsdatum übrigens. Das erfahren Sie heute bei uns in der Sendung. Aber erst einmal das, immer wieder in der Diskussion, was bringen Verfolgungsjagden durch die Polizei? Steht das Risiko, dass sich dabei Menschen verletzen können, wirklich im Verhältnis zum Ergebnis? In diesem aktuellen Fall hat die Polizei eine Verfolgungsjagd in Berlin sogar abgebrochen. Und trotzdem kam es zu diesem folgenschweren Unfall. Was es heute noch gibt, richtig viel Ekel-Alarm. Den gab es an einer Schule in Niedersachsen. Da haben Kakerlaken die Schule besetzt. Da würde man wahrscheinlich jedem Schüler sagen, das ist wohl die schlechteste Ausrede, die man haben kann. Aber in diesem Fall stimmt es tatsächlich. Das Gesundheitsamt musste einschreiten und die Schule schließen. Und den Ärger, den gab es dort nicht zum ersten Mal. Jetzt geht es um Tiere eine ganze Nummer größer. Viele Reaktionen hat es gegeben auf diese Geschichte, nachdem bekannt geworden ist, dass im Zoo Hannover angeblich Elefanten gequält werden. Und zwar mit einer durchaus umstrittenen Methode. Das sind die sogenannten Elefantenhaken. Die sind eigentlich zum Führen gedacht, um zu zeigen, in diesem Fall ist der Mensch der Chef. Aber damit sollen die Tiere auch geschlagen worden sein. Tierschütze haben Aufnahmen gemacht, die das belegen sollten. Und solche Situationen regeln Elefanten dann unter sich. Ja, hier geht es weiter. Die Frage ist nämlich immer noch nicht geklärt. Was wird mit dem Unglücks-Lkw vom Breitscheidplatz, den Anis Amri in die Menschenmenge gesteuert hat, kurz vor Weihnachten? Wir erinnern uns alle, dieser furchtbare Terroranschlag in Berlin. Der polnische Spediteur, dem der Lkw gehört, der kämpft nämlich seit Wochen um dieses Fahrzeug. Und er fühlt sich von den deutschen Behörden im Stich gelassen. Denn dass der Lkw seit Monaten in Deutschland stillsteht, das kostet ihn ganz viel Geld. Es gab mal Vorschläge, den Lastwagen ins Museum zu stellen. Die sind nun inzwischen vom Tisch. Der Spediteur ist auch ganz persönlich betroffen in diesem Fall. Sein Cousin war es nämlich, der den Lkw gesteuert hat, bevor ihn Anis Amri erschossen hat. Das ist immer noch nicht zu Ende erzählt. Wir machen jetzt mal was ganz anderes. Und zwar haben Forscher eine ganz interessante Studie veröffentlicht. Die könnte die Überschrift haben, Dänen schreien nicht. Oder anders, die Briten sind immer lauter. Und zwar wurde das Schreiverhalten von Babys untersucht. Und ein Ergebnis ist, deutsche Babys schreien tatsächlich weniger als britische. Das ist ja ganz gut für die Mütter. Wobei Eltern das ja sehr subjektiv empfinden, meist nach Schlafmangel bemessen. Aber was heißt das nun eigentlich? Und warum stellen sich Forscher überhaupt solche Fragen? Und da gibt es wirklich ganz interessante Antworten. Das hat ja super geklappt. Also hier gab es auf jeden Fall viele Reaktionen. Viel Oh und Oh und wie süß. Ja, was für eine Geschichte haben wir jetzt. Ein Mann legt für seine große Jugendliebe ein Geständnis ab. Und er sitzt seitdem. Und es sind schon fast 31 Jahre. Also sein halbes Leben im Gefängnis. So könnte man das kurz beschreiben, was dem Deutschen Jens Söring passiert ist. Und jetzt sah es kurzzeitig so aus, als könne er den so lang ersehnten Koffer für draußen endlich packen. Aber dann gab es jetzt doch wieder einen Rückschlag. Zumindest fließt also das Wasser wieder. Dann haben wir noch einen Tipp für heute Abend. Denn heute gibt es einen großen Themenabend im ersten Film. Und im Anschluss dann eine Dokumentation. Es geht um die Ereignisse auf der Gorch Fock. Das berühmte Segelschulschiff. Ein beeindruckend schöner Segler. Der aber heute untrennbar auch mit dem Tod einer jungen Frau verbunden ist. Es ist Jenny Böken, eine junge Kadettin. Sie starb auf diesem Schiff. Sie war in der Ausbildung dort. Und bis heute konnten die Gründe für ihren Tod nicht ganz geklärt werden. Das ist für die Eltern eine ganz dramatische Situation. Darüber sprechen sie nach dem Spielfilm dann auch in der großen Dokumentation. Und heute jetzt bei uns in der Sendung. Ja, wir freuen uns auf die Prominenz jetzt. Und beginnen mit einem schillernden Paar. Warum sieht man diese beiden jetzt zusammen? Bundesentwicklungsminister Gerd Müller und das ehemalige Topmodel Barbara Mayer. Ja, da sind die beiden, tatsächlich haben sich die beiden nachhaltig zusammengetan, kann man sagen. Aber vor allem, um die Welt ein wenig besser zu machen. Da geht es nämlich um Nachhaltigkeit in der Mode. Und dafür ist Barbara Mayer jetzt auch nach Äthiopien gereist. Und sie hat uns davon erzählt, ganz überlegt. Botschaft angekommen. Was Fußballer und Rockstars sonst eher erleben, passierte jetzt auch Prinz Charles und seiner Frau Camilla. Sie hatten nämlich eine Privataudienz beim Papst. Gut, also so privat war es dann vielleicht auch nicht. Aber womöglich hat ja der politisch interessierte Papst mal nachgefragt, was macht ihr da eigentlich gerade mit dem Brexit? Auf jeden Fall war Prinz Charles in absoluter Plauderlaune. Ja, warum soll es denen anders gehen als vielen anderen Ehepaaren? Bleiben wir doch noch ein bisschen in der Familie. Also die Brillenmode, die hat sich kaum verändert über die Jahre. Das kann man schon sehen und auch das Thema ist geblieben. Sie haben bestimmt beide hier schon erkannt. Das eine ist natürlich Prinz Harry, das andere ist seine verstorbene Mutter, Lady Diana. Also beim nächsten Kreuzworträtsel sind sie vorbereitet. Worum geht es? Um ein Thema, das schon Lady Diana sehr am Herzen lag und Prinz Harry führt es jetzt weiter. Es ist der Kampf gegen Landminen, also ein ganz aktuelles Thema. Und wer noch Zweifel hatte, ob Prinz Harry jemals erwachsen würde, der konnte jetzt sehen, da meint es jemand verdammt ernst. Und das Thema ist ja gerade aktueller denn je. Ein ernster Prinz heute. Wir reden jetzt über Liebe und was, wenn sie vergeht. Und trauriges Beispiel einer Frau, die vielen sicherlich noch durch die Spice Girls, die erste große Girlband, in Erinnerung ist. Wie ging der Song nochmal? If you wanna be my lover. Genau. Wir haben noch großes Kino. Gestern war nämlich Premiere von Fast and Furious, Teil, also ich werde verrückt, acht schon in Berlin. Ein Film für alle Autoschrauberfreunde und Fans kurzer, eindrücklicher Texte. So nach dem Motto, geiles Auto, super Typ. Genau. Auf dem roten Teppich die Stars des Films, Vin Diesel, der die Oberkuhl mit Sonnenbrille und im Arm Charlize Theron, die bereits einen Oscar bekommen hat für ihr großes schauspielerisches Talent, das sie in diesem Film aber nicht unbedingt braucht. Ansonsten aber war es ein Abend mit ganz viel Glitzer und sehr rasant. Die hatten doch Spaß. Und manchmal ist es ja auch schön, wenn man einem Film einfach folgen kann. So, wir haben auch auf die Tube gedrückt, damit Alexander Bommes jetzt seine Zeit bekommt für gefragt, gejagt. Dabei wünschen wir ganz viel Spaß und wir gern morgen wieder ab 17.10 Uhr. Guten Abend. Tschüss. 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 Vielen Dank.